Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Hallo, Kuwaiti Shadow. Guten Tag. Was werden wir heute spielen? Natürlich Battle Arena. Und Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da und Kommentare. Und wir fangen an mit dem Video. So, dann gehen wir jetzt rein, ne? Ja. Okay. So, wir machen. Hier sind wieder ganz viele Portale. Machen wir Duells? Ja, wir können Duells, Game Duells oder Free For All. Komm, machen Duells. Und zwei gegen zwei. Okay, wir machen Duells, komm. Zwei gegen zwei, Click to Fight. Normal oder Overpowered. Overpowered. Wir machen danach noch eine Runde normal. Random. Okay, wir joinen a game. Und wir gucken mal. Uuay. Sieht sehr gut aus. Na gut. Digga. Bist du dumm? Das ist für sie. Komm mal, komm mal, komm mal. Die brennt. Na. Ich schieß den ab. Der, wer bist du? Na gut. Bist du gestorben? Ja. Nein. Das sind aber starke Gegner. Na gut. Die erste Runde. Digga. Digga, wie der sich baut. Na gut, Leute. Ja. Wir haben uns aber gut geschlagen eigentlich. Ich habe ihn fast gekillt und du hast den anderen. Was sollten wir machen? Ähm. Akzepten. Ich habe akzeptiert. Okay. Der wieder. Das sind wieder diese Karte. Aber diese Karte mag ich nicht. Golden Apfel lässt ich jetzt schon so. Als erstes schieße ich mit dem Bogen. Wo ist der andere? Hat der andere dich gekillt? Ah. Ich sehe, wo der andere ist. Was los mit dem? Der baut sich ein. Ah, du baust dich ein. Das reiche ich mir. Ah, du baust dich hier ein, ne? Wo ist der andere? Ich will ein bisschen von. Da sollte noch einer sein. Hey. Hey. Mein Freund. Ich habe ihn gekillt. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Bist du das? Das bist du. Hä? Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Er hat sich runtergegraben. Er hat sich runtergegraben. Ich denke auch. Ich kann mir denken, vielleicht ist der auch da ganz oben. Oder wir haben sowieso acht Minuten Zeit, um ihn zu besiegen. Er kann es nicht schaffen. Auch wenn er sich jetzt die ganze Zeit versteckt, Digga. Guck mal oben. Ich guck mal oben. Ich kann mich nicht höher bauen als das. Hier ist der nirgendwo. Kannst du dich nicht höher bauen? Nee. Zeig mal. Das funktioniert. Ich maximale baue hier. Wahrscheinlich hat er sich runtergegraben. Man greift sich irgendwo raus, da wo wir nicht sind. Ja, warte. Mal gucken, was Sterne hier am Anfang liegen durch. Das war's. Ich weiß nicht. Was war das? Ich hab gar nichts gemacht. Hä? Aber wie konnte ich dich überhaupt hauen? Hä? Na gut, Leute. Wir können das Okay, ich mach das. Okay, weiter geht's. Wann im Team? Sind alle gegen alle? Wir haben nicht alle gegen alle gemacht. Das war irgendwie komisch. Ich konnte alle killen, halt. Ah, da sind wir ja. So. Diese Karte ist schon... Hallo. Jetzt sollen wir zusammen sein. Erstmal den Totem schön ausrüsten. Digga. Digga! Digga, pissig! Komm zu mir nach unten. Kleine Basta. Tim, komm zu mir nach unten schnell. Ich komme. Mach. Hat er zugemacht? Ja, er hat selbst zugemacht. Hast du Licht? Nein. Ich seh dich. Hä? Ich seh nur seinen Namen. Hä? So. Ich kann hier kurz ein bisschen öffnen. Und wir sneaken, ne? Ja. Kleine Basta. Hey, was geht ab? Na? Äh, wohin? Ich weiß nicht, Digga. Ich hab ihn fast. Nein. Wo ist der? Ey. Ey. Das war's für dich. Digga, wie hat er überlebt überhaupt? Digga, das kann nicht sein, dass er überlebt hat. Wieso sehe ich sein Leben auch nicht? Komm, schaffst du's? Ich glaube kaum. Da sind wir zu zweit. Na? Der schwimmt. Hier ist alles voller Wasser. Der kann einfach hier schwimmen. Leute, Alter. Naja. Akzept. Na gut. Machen wir ein Rematch gegen die. Nochmal. Okay. Sie haben abgelehnt. Ich kann ihn machen zweimal eins gegen eins. Okay. Eins gegen eins. Nochmal. Boom. Okay, let's go. Hallo, wer bist du denn? Ist es Explosive Bo? Nein. Schade, schade. Was? Du hast mich sogar getroffen. Ich brauche seine Lacken. Eines gegen ein Video. Gehst du da sofort runter. Ich pausere mal schnell. Schnell! Er guckt auf dich immer noch, der Affe. Ich glaube, der will dich hacken. Der, guck mal. Ja, guck mal, da ist er, da ist er. Da ist dieser Affe. Der guckt auf dich nur. Ich glaube, der mag dich nicht. So, Leute, das war's mit diesem Video. Tschüss. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss, Leute, das war's. Bitte. Abonnieren Sie diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verursachen.